WRTC 2018, die Amateurfunk-Weltmeisterschaft zu Gast in Deutschland. Fast in der Mitte zwischen Dresden und Magdeburg bzw. Berlin und Leipzig kann auf eine über 800-jährige Geschichte zurückblicken. Besonders stolz ist die Stadt auf das Wirken Martin Luthers, der als Universitätsprofessor seit 1511 in Wittenberg lebte. Der Thesenanschlag an der Schlosskirche im Jahr 1517 gilt als Beginn der Reformation, die in Wittenberg ihren Ursprung nahm. 2017 stand deshalb zum 500-jährigen Reformationsjubiläum die Wörterstadt Wittenberg mit im Mittelpunkt der diesbezüglichen Feierlichkeiten. Viele Originalschauplätze können die WRTC-Teilnehmer und ihre mitbegleitenden Angehörigen oder Freunde besichtigen, wie das Lutherhaus oder die Kranach-Herberge, in der sogar einige Teilnehmer wohnen werden. Hier wirkten die bekannten Maler Lukas Kranach der Ältere und der Jüngere. Viele Tafeln an den Häusern der historischen Altstadt zeugen von den Besuchern und Bewohnern der vergangenen Jahrhunderte. So waren Johann Wolfgang von Goethe, Peter der Große und Werner von Siemens in Wittenberg zu Gast. Wilhelm Weber, der zusammen mit Gauss den ersten elektrischen Telegrafen entwickelt, wurde sogar in Wittenberg geboren. Wittenberg ist ohne Frage eine Reise wert und für die WRTC 2018 ein würdiger und interessanter Gastgeber. Ein Blick in das Organisationsbüro des Luther Hotels lässt die Dimension des Vorhabens WRTC erahnen. Um den langen Tisch herum sitzen die Organisatoren und arbeiten die To-Do-Listen ab. Es werden Pläne gedruckt und Materialien sortiert. Durch die direkte Kommunikation mit dem ORGA-Büro finden sich für viele Probleme schnelle Lösungen. Die Ausstattung mit Computer zur Wetterbeobachtung und gut gefüllten Whiteboards wird intensiv genutzt. Eine Telefon-Hotline mit drei Telefonen steht bereit, um Anfragen der Helfer entgegenzunehmen, die gleich in ein Ticketsystem eingespeist werden können. Ab Dienstag wird die Betriebsamkeit nochmals zunehmen. Die Arbeit im Lagezentrum wird nach einem Schichtsystem organisiert. In zwei täglichen Besprechungen erstatten die Sachgebietsverantwortlichen Bericht. So ist die Organisation gut aufgestellt, um die WRTC zu einem Erfolg werden zu lassen. Am heutigen Dienstag standen verschiedene Einweisungen auf dem Programm. Zunächst wurde das Thema Logistik ausführlich besprochen. Damit an jeder Seite das komplette und richtige Equipment angewendet werden kann, muss es sorgfältig kommissioniert werden. Eine ganze Flotte von Fahrzeugen steht bereit, nach vorher festgelegten Routen die Sights zu beliefern. Auf Wiedersehen. Am Nachmittag erfolgte die Einrichtung. Der Tagungsraum im Lothar Hotel war bis zum letzten Platz gefüllt. Nachdem Chris, Delta Lima 1, Mike Goth Bravo, alle Volontiers begrüßte, Informierte Axel, Delta Lima 6, Kilo Fictor Alpha, über alle anstehenden Aufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und der Arbeitsbereitschaft an den Sights. Die Site Manager erhielten die kompletten Dokumentationen für ihren Standort, sodass einem reibungslosen Verlauf der WRTC nichts im Wege steht. Mit dem Auto, die B187 bis nach Jessen fahren und dann mit dem Routine weiter. Die Amateurfunk-Weltmeisterschaft zu Gast in Deutschland.